Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Haus und Hand gemacht von A bis Z. So könnte das Motto des Steinacher Schmankerlstübler lauten. Bei Koch und Metzger Tobias Meusel und seiner Lebensgefährtin Sabine Pohl, ihres Zeichens gelernte Restaurantfachfrau, kommen täglich frisch zubereitete Schmankerl auf den Teller. Ob für die feinen Flammkuchen, die wechselnden Bratengerichte oder die beliebten Dessertkreationen. Hier werden ausschließlich natürliche Zutaten und Qualitätsprodukte verarbeitet. Unbedingt probieren sollten Sie die Limonaden basierend auf selbstgemachten Sirupen in erfrischenden Geschmacksrichtungen. Umliegende Betriebe nutzen gerne den Lieferservice für Frühstück, Mittagessen oder Feierlichkeiten. Apropos Feiern, dafür eignet sich das Schmankerlstübler ebenfalls hervorragend, sei es mit der Firma oder privat. Genießen Sie gehobene Küche im liebevollen Ambiente des Steinacher Schmankerlstübler mit angeschlossener Metzgerei.